Lübbe Audio Benzin im Blut Die Autobiografie eines Visionärs von Willi Weber Es liest Andreas Mese Sachdienlicher Hinweis Dieses Buch sind meine Erinnerungen. Gut möglich, dass andere die hier geschilderten Begebenheiten anders erinnern. Das liegt in der Natur der Sache. Aber ich bin niemandem böse, dass er kein so gutes Gedächtnis besitzt wie ich. An einigen Stellen habe ich die Ereignisse aus dramaturgischen Gründen gestrafft. Wer will schon tausend Seiten lesen? Wo es mir ratsam erschien, habe ich auch Namen verfremdet. Es war mir ein Anliegen, jede der handelnden Personen im bestmöglichen Licht dastehen zu lassen. Oder, sagen wir mal, fast jede. Dem einen oder anderen Deppen verhelfe ich in diesem Buch zu ein bisschen Berühmtheit. Ich sage immer, dumm wird man nicht, dumm bleibt man. Es trifft, das verspreche ich Ihnen, die Richtigen. Sollte mir trotz aller Akribie irgendwo ein Fehler unterlaufen sein, bitte ich schon jetzt um Nachsicht. Ich bin zarte 78 und kein bisschen weise. Für meine Familie und für alle, die mich mit Rat und Tat unterstützt haben. Vorwort Wo ein Willi, da ein Weg Ich schreibe dieses Buch, um ein paar Dinge richtig zu stellen. Geld macht glücklich, denn es macht dich frei. Punkt. Alles andere ist eine Lüge. Dabei ist Geld nie meine Motivation gewesen. Ich war immer süchtig nach Erfolg. Der Rest kam quasi von selbst. Heute bin ich das, was andere Menschen als wohlhabend bezeichnen. Und in meiner Garage steht all das, wovon kleine und große Jungs träumen. Ich bin ein Sehnsuchtsgetriebener. Meine Karriere, die viele als einmalig bezeichnen, kann ich, wenn ich das möchte, auf ein paar Sätze verdichten. Ich bin metertief durch Scheiße gewartet, habe sehr vielen berühmten Arschlöchern die Hand geschüttelt und dabei nie mein Ziel aus den Augen verloren, mich zu beweisen. All das hat mich zum Erfolg geführt, aber auch sehr hart werden lassen, was ich sehr bedauere. Ich bin ein Paradebeispiel dafür, was es mit dir macht, wenn du zu Gast bist in arabischen Palästen wie aus Tausend und eine Nacht und dir alle Wünsche erfüllen kannst. Für all diejenigen, denen ich wehgetan habe auf meinem Weg nach ganz oben, ist dieses Buch. Ich möchte zeigen, wer ich wirklich bin. Möchte den Menschen zu Wort kommen lassen hinter dem erfolgreichen Manager. Ich war Kellner, Chauffeur, Obdachloser, Losverkäufer, Barkeeper, Kognakvertreter, habe im Teppichladen gearbeitet, eine oben ohne Bar besessen und einen Autohandel betrieben. Ich war bankrott und bin auferstanden von den Toten mit Schweinshaxen und Klosterbier. Mein Hobby, meine Leidenschaft sind schnelle Autos. Sie brachten mich in die Formel 1, lange bevor ich Michael Schumacher traf. Dies ist meine Autobiografie. Michael war und ist mein bester Freund. Mit ihm hatte ich die schönste und intensivste Zeit meines Lebens. Es ist mir ein Anliegen zu zeigen, wer dieser Michael Schumacher, mit dem ich 20 Jahre meines Lebens in eheähnlichen Verhältnissen verbracht habe, wirklich war. Seiten von ihm zu beleuchten, die noch nie beleuchtet worden sind. Damit die Menschen, die Fans, ihn sehen können, wie ich ihn gesehen habe. Das Jahrhunderttalent mit dem angeborenen Popometer, der ein Auto fühlte, wenn er sich reinsetzte und 20 Jeans derselben Farbe kaufte. Dennoch, dies ist kein Michael Schumacher Buch. Dies ist ein Buch über das Schicksal, über zwei Träumer, einen grünen Jungen aus Kerpen und einen Gastronomen aus Regensburg, die zusammen zum erfolgreichsten Formel-1-Gespann der Welt aufstiegen. Was wäre der eine ohne den anderen? Bitte urteilen Sie selbst. Ihr Willi Weber Prolog Salzburgring, August 1988 Du bist der Schumacher? Es gibt da diese uralte Volksweisheit. Praktischerweise habe ich sie selber erfunden. Zeig mir deine Frisur und ich sag dir, was dein Problem ist. Der Milch-Bubi, der an diesem Morgen die Stufen zu meinem Motorhome hochgesprungen kommt, hat auf jeden Fall seinen ganz eigenen Kopf. Ich würde sagen, er unfreiwillig. Diese Frisur, diese Tolle, dieser Seitenscheitel. Aus der Entfernung würde er glatt als schlecht geföhnte Prinzessin Diana durchgehen. Und dieses Oberlippenbärtchen. Fast könnte man meinen, er habe das Dingelchen irgendwo abgeschnitten und auf die Oberlippe geklebt. So spärlich sprießt es da unter seiner Nase. Ich kann gar nicht glauben, dass dies der Mann sein soll, der eben mit dieser unglaublichen Präzision gefahren ist, dem der Ruf vorauseilt, jedes Kartrennen zu gewinnen. Ich habe ihn mir vorgestellt als Helden, als eine Art Wiedergeburt von Prinz Eisenherz, beziehungsweise wie Robert Wagner, der Typ, der ihn in den Fünfzigern spielte. Die Szene, in der Eisenherz den Schwarzen Ritter niederringt? Das ist einfach nur klasse. Du bist der Schuhmacher? Platzt es aus mir heraus. Zu meiner Ehrenrettung muss ich gestehen, bislang habe ich ihn ja nur mit Helm auf dem Kopf gesehen. Wenn wir zukünftig unter vier Augen sprechen würden, sollte er ihn vielleicht einfach aufbehalten. Der Schlags schaut irritiert auf meinen Finger. Doch, ja, schon. Für einen Augenblick herrscht betretenes Schweigen. Dann nickt er und wiederholt, Doch, doch, das bin ich. Ich bin der Michael Schuhmacher. Okay. Was soll man da sagen? Stevie Wonder ist blind und trifft trotzdem jeden Ton. Das hier ist kein Catwalk. Man kann nicht alles haben. Die Hauptsache ist, dass der Junge weiter so begnadet Auto fährt. Und wenn ich's mir recht überlege, was Eisenherz damals auf dem Kopf trug, das war auch keine Frisur. Das war ein Verbrechen. Teil 1 In den Startlöchern Regensburg, März 1942 Ich weiß, es wird einmal ein Wunder geschehen. Vielleicht sollte ich mich mal kurz vorstellen. Wilhelm Friedrich Weber, mein Name. Am 11. März 1942, einem ziemlich kalten Weltkriegsmittwoch, komme ich in einem Regensburger Krankenhaus auf die Welt. Auch wenn es von dem feierlichen Moment, dem Stand der Technik geschuldet, keinen Handy-Mitschnitt gibt, bin ich mir ziemlich sicher, dass ich bei meiner Geburt lauter schreie als meine Mutter Anna. Die ist nämlich in der Familie Weber eher fürs Schweigen zuständig. Das kann sie so eisig und andauernd, dass man Gefrierbrand bekommt. Fragen Sie mal meinen Vater. Auf der Akropolis weht die Hakenkreuzflagge. Die Japaner haben gerade Pearl Harbor überfallen. Demnächst werden deutsche Soldaten in Stalingrad ihre Schuhsohlen essen. Doch von alledem bekomme ich daheim in meiner Wiege nichts mit. Aus dem braunen Telefunkenradio singt wunderschön mit leisem Knistern und Knacken Zara Leander. Ich weiß, es wird einmal ein Wunder geschehen. Für mich läuft's. Trotzdem oder weil mein Leben sogleich mit einer kleinen Lüge beginnt. Nun ist Lüge natürlich ein hartes Wort für so einen süßen Fratz wie mich, zu diesem Zeitpunkt gerade mal ein paar Buchseiten alt. Aber warum lange drumrum reden? Ich bin gar nicht am 11. geboren, sondern am Freitag, dem 13. Aber meine Mutter greift der Astrologie in die Speichen, indem sie meine Geburtsurkunde einer kleinen Schönheitsoperation unterzieht, kaum dass wir zwei zu Hause sind. Die drei übermalt sie mit einer Eins und fortan bin ich laut Pass zwei Tage älter, als es meinem wahren biologischen Alter entspricht. Und wissen Sie was? Zeitlebens werde ich darauf angesprochen, dass ich mindestens zwei Tage älter aussehe. Um mich herum sind alle mit dem Zweiten Weltkrieg beschäftigt. Meinen Onkel Heini hat eine Tretmine erwischt. Seither hat er keine Arme mehr und nur noch ein Auge. Ich versuche immer, auf seinen Schoß zu krabbeln, um seine beiden Holzprothesen zu streicheln, die mich sehr faszinieren. Als ich 18 Monate alt bin, regnet es 1000 amerikanische Spreng- und Brandbomben vom Regensburger Himmel. Und ich werde zusammen mit Opa Johannes in ein Steinhäuschen nach Furt im Wald umgesiedelt, das viel zu klein ist, als dass sich ein Alliiertenflieger dafür interessieren würde. Opa ist ein prächtiger Mann mit Schnurrbart, den ich anhimmle. Den Mann, nicht den Schnurrbart. Wir essen sehr viele Pilze. Pilze in Soße, Soße mit Pilzen, Suppe mit Pilzen, Pilze in Suppe. Viele Jahrzehnte später werden Menschen sehr viel Geld dafür bezahlen, sich genauso mies zu ernähren wie wir damals. Sie nennen es Detox. Ich kenne es unter dem Begriff Hunger. Wahrscheinlich ist es das einzig Gute, was Krieg hinkriegt. No Fleisch, no Gicht. Man muss die Dinge immer mit Humor nehmen. Opas Garten ist ein Paradies. Apfelbäume, Kirschen, Quitten, Pflaumen. Sogar eine waschechte Garten-edenmäßige Giftschlange kriecht dort durch die Johannesbeerbüsche. Die mache ich mir, früh übt sich der Manager mit einer Schale Milch untertan. Und ich sammle erste Erfahrung in Personalführung. Ich muss nämlich immer in den Hühnerstall Eier holen. Und mache so notgedrungen Bekanntschaft mit einer Spezies, die mir später in der Formel 1 noch recht oft über den Weg flattern wird, gackernde, doofe Hühner. Jeder Krieg geht mal vorbei. Opa und ich kehren zurück nach Regensburg. Wir beziehen Quartier in unserer alten Etagenwohnung, die den Krieg ohne Blessuren überstanden hat. Schon wieder so ein Wunder. Tatsächlich ist bis auf ein paar Risse in der Wand und auf die Pappe vor den Fenstern alles beim Alten. Ganz anders unsere Nachbarn. Zwei von vier Familien sind in den Himmel umgezogen. Auch Papa hat eine neue Adresse. Der wohnt jetzt in einem russischen Kriegsgefangenenlager. Und von einem Nachmittag auf den anderen ist mein Leben nicht mehr das, was es mal war. Es sind nicht die verkohlten Dachstühle, die in den blauen Oberpfälzer Himmel aufragen wie die Gräten von Riesenfischen. Nicht die zerborstenen Brücken über die Donau. Und auch nicht die Kriegsheimkehrer an Krücken, die in einem fortzittern, obgleich es nicht kalt ist. Ich bin zu jung, um irgendwas komisch zu finden. Und auch nicht die Sorte Kind, die schlecht schläft, weil aus dem Lieblingskaninchen ein paar Handschuhe geworden sind. Ich bin hart im Nehmen. Mehr von meiner Sorte und die Psychiater dieser Welt müssten in Therapie, weil ihre Patienten sie krank machen. Nein, es ist ein Spielzeugauto. Feuerrotes Blech, offenes Cockpit, schlank wie eine Rakete. Wilhelm, ruft es und immer lauter. Wilhelm! Ich aber bin schockverliebt und kann gar nicht fassen, dass da so etwas Schönes, Vollkommenes, Einzigartiges im Laden steht und ich es nicht anfassen darf. Ich werfe mich vors Regal. Ich schreie. Ich hämmere mit den Fäusten auf den Boden wie Oskar aus der Blechtrommel. 3, 2, 1, meins. Du musst etwas nur richtig doll wollen, dann kriegst du es auch. Regensburg, April 1947 Gottes Werk oder Papas Wort Und plötzlich steht mein Vater wieder vor der Tür. Nun könnte man denken, dass jemand, der zwei Jahre in russischer Kriegsgefangenschaft verbracht hat, erst mal ein wenig verschnauft und die Beine hochlegt. Beziehungsweise genießt, dass er noch welche hat. Doch nicht so mein Vater. Der zieht gleich wieder in den Krieg. Er nennt es natürlich nicht Krieg, er nennt es Erziehung und mit dem himmlischen Frieden ist es auf einen Schlag vorbei. Es wird gegessen, was auf den Tisch kommt, heißt es jetzt täglich. Ich bin fünf Jahre alt und sitze verbockt vor meinem Teller, verzweifelt bemüht, das Rätsel zu entschlüsseln, warum der liebe Gott Kuhscheiße erfunden hat, sie aber nicht Kuhscheiße nennt, sondern Spinat. Gottes Werk oder Papas Wort, beides stellt man bei uns lieber nicht in Frage. Das merke ich ziemlich schnell. Denn mal ist es ein Klaps, mal eine Backpfeife, dann wieder Stubenarrest. Also, wenn ich der Spinat wäre, ich würde mich ja in Grund und Boden schämen für das Unglück, das ich über die Kinder dieser Welt bringe. Du Saubwerb, du Dreckiger, schreit mein Vater, als ich sechs bin und er mich beim Schule-Schwänzen erwischt. Nun weiß er natürlich nicht, was ich weiß, nämlich, dass alle Lehrer Idioten sind. Schule? Mir völlig schleierhaft, was man da soll. Regelmäßig nehme ich an Ein-Mann-Wandertagen teil, indem ich morgens den Tornister vom Garderobenhaken ziehe, Tschüss, rufe und mich selbst in den Wald begleite. Hier erkunde ich Salamander, Frösche und ausgebrannte Panzer, bis es an der Zeit ist, wieder nach Hause zu gehen. Backpfeifen, eine Tracht Prügel, kümmert mich alles nicht. Stubenarrest, zur Tür rein, zum Fenster wieder raus. Ein Machtkampf. Weber Senior gegen Weber Junior. Er hört nicht zu, ich lasse mir nichts sagen. Meine Mutter und mich verbindet eine Art Bluetooth-Connection, lange bevor diese erfunden wird. Wir kommunizieren ohne Worte, schnurlos, drahtlos. Eine Herzeinheit. Wie war dein Tag? Will sie wissen, wenn ich nach Hause komme, die Knie schwarz, das Haar zerzaust. Ich antworte, ich habe die Wildschweine gestreichelt. Und sie, sehr schön, mein Schatz, wascht ihr die Hände und kommt zum Essen. Das ist es. Erziehung, sage ich immer, ist eine Tandemfahrt, bei der beide Eltern in die Pedale müssen und sich vorher bitte einig werden sollten, wo es hingeht. Meine Mutter übergießt mich mit Liebe wie den Knödel mit Soße. Apropos, sie ist eine exzellente Köchin. Während sich mein Vater an mir abarbeitet wie der Exorzist am Teufel und mich dann und wann in bester erzieherischer Absicht grün und blau schlägt. Immerhin sind das meine Lieblingsfarben. Meine Mutter hat ein Hühnchen zu rupfen mit meinem Vater. Dieses Hühnchen heißt Tante Betty. Die ist natürlich so sehr meine Tante, wie ein Zitronenfalter Zitronen faltet. Eigentlich ist sie unsere Haushälterin. Und einmal die Woche zuständig fürs Kinderbaden. Dann stellt sie mich nackt in einen Zuber und will immer mehr waschen, als mir eigentlich lieb ist. Nimm die Hände weg, Wilhelm. Nein, das mache ich allein, Tante Betty. Nun sei nicht so genant. Aber ich bin da nicht schmutzig. Halt eine sehr gewissenhafte, reinliche Person, die Tante Betty. Und deswegen trifft es sich gut, dass es einen anderen Mann in der Familie Weber gibt, der sich recht gern mal baden lässt. Meinen Vater, wenn sie verstehen, was ich meine. Natürlich ist meine Mutter nicht blind. Im Gegenteil. Allerdings hat sie ein sehr ausgeprägtes Talent, Konflikte an sich abgleiten zu lassen, wie die Teflonpfanne das Spiegelei. Und so revanchiert sie sich für dieses und alle folgenden Techtelmechtel auf ihre ganz eigene, stille Art. Sie brät mir Steaks, zart wie Butter. Und meinem Vater furztrockene Frikadellen, die wegkullern, wenn er sie mit der Gabel zerdrücken will, um nur mal ein Beispiel zu nennen. In der Ehe meiner Eltern herrscht kalter Krieg, lange bevor Ost und West ihre Kanonen in Stellung bringen. Warum ich das alles erzähle? Um in der Formel 1 zu bestehen, brauchst du Haare auf den Zähnen. In meiner Jugend konnte ich sie mir wachsen lassen. Juli 1957. Stierkampf auf Schloss Friedrichsruh. Ist es mir in die Wiege gelegt, einmal Topmanager zu werden? Also, ich sag mal so. Erfolg hat nur der, der auch bereit ist zu scheitern. Oder wie es die Amerikaner formulieren, find a new way to mess up. Finde einen neuen Weg, es zu vermasseln. So gesehen bin ich von Anfang an beruflich auf der richtigen Spur. Es gibt kein Projekt, das ich nicht mit Bravour in den Sand setze. Aber der Reihe nach. Ich bin 15, als ich der Schule auf Nimmerwiedersehen sage. In den Händen halte ich meinen Volksschulabschluss. In betriebswirtschaftlicher Hinsicht eine hervorragende Bilanz. Null Einsatz bei maximalem Output. Nicht unerwähnt lassen möchte ich auch mein Diplom in Frauenheilkunde. Es gibt da nämlich ein abgelegenes Stück Garten bei uns hinterm Haus, auf dem ein Zelt steht. In dieses Zelt lade ich die Mädels der Straße zur Vorsorgeuntersuchung. Der Check ist verpflichtend und wird auch ausgesprochen gern wahrgenommen. Kleine Jungen werden ja oft gefragt, was sie mal werden wollen. Dann kommt als Antwort Feuerwehrmann oder Polizist oder Kranführer. Bei mir ist das anders. Seit ich sechs bin, weiß ich, ich will Müllmann werden. Aus ganz einfachem Grund. Ich habe beobachtet, dass das Müllauto nur zweimal pro Woche kommt. Die anderen Tage hat ein Müllmann demnach frei. Also wenn das kein Traumberuf ist. Natürlich habe ich über die Jahre meinen Karriereplan überarbeitet. Immer noch Müllmann, das steht außer Frage, aber nach sechs Monaten soll mir das Müllauto gehören. Du machst eine Banklehre, ordnet mein Vater an. Ich? In der Bank? Jeder, der mich kennt, wird denken, was für eine abwegige Vorstellung. Es sei denn, Willi kommt als Bankräuber. Wobei es ohnehin dumm ist, zu denken, der Räuber komme von draußen. Der sitzt hinterm Schalter, weiß doch jedes Kind. Dann eben Elektriker, schimpft mein Vater. Und diesmal duldet er keine Widerrede. Über Vitamin B lande ich in einem Radio- und Fernsehgeschäft. Erster Lehrlingsauftrag? Widerstände sortieren. Eigentlich ein Job wie für mich erfunden, denn wenn ich mich von Natur aus mit etwas auskenne, dann mit Widerstand. Doch schon bald muss ich feststellen, mein neuer Boss hat einen Wackelkontakt. Wie sich das gehört für einen Elektriker? Was der Chef auf den Boden schüttet, wird sortiert, ruft er und kippt mir eine Kiste mit Elektroteilen vor die Füße. Da sitze ich nun wie Aschenputtel beim Linsensortieren, die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen und finde, ganz schön heiß hier, höchste Zeit fürs Freibad. Gedacht, getan. Ich bin eben ein typischer Fisch. Entweder ich will, oder ich will nicht. Ich bin eben ein typischer Fisch.